Herzlich willkommen zu Spirit. Nachfolge Christi, so heißt ein Werk des Augustiner Chorherrn Thomas von Kempen, in dem er sehr viele christliche Weisheiten festgehalten hat. Der erfolgreichste christliche Weltbestseller nach der Bibel besteht aus vier Teilen. Der erste Teil behandelt Grundlagen für ein geistliches Leben und ist das Thema dieser Spirit-Sendung. Mein Gesprächspartner im Studio ist Pfarrer Dr. Peter Dückhoff. Er kennt die Nachfolge Christi bestens, denn er hat das gesamte Werk aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Herzlich willkommen Pfarrer Dückhoff. Im allerersten Kapitel der Nachfolge Christi geht es um die Voraussetzungen, um Christus in rechter Weise nachfolgen zu können. Thomas von Kempen schreibt, ich zitiere ihn, hänge dein Herz nicht an das, was dich auf Dauer nicht trägt. Vor welchen Fehlhaltungen warnt hier Thomas von Kempen? Ja, er differenziert zwischen der vergänglichen Welt, die sich ständig verändert, der Wandlung unterlegen ist und der unvergänglichen Welt, das heißt Gott, der präsent ist, der sich nicht verändert, der der unbewegte Beweger ist, der zwar bewegt, aber selbst unbewegt ist in dem Sinne. Und er möchte, dass der Leser das erfährt, das heißt eine Entgrenzung seines Bewusstseins erfährt, auf nicht sich Veränderndes. Was heißt das, fragen Sie? Ja, wenn ich mich zu sehr an materielle Dinge hänge oder auch an Menschen, die ich nicht loslasse, das ist ja auch ein großes Thema heute, Menschen, an die ich mich klammere oder Menschen, die sich an mich klammern. Und da spricht er den Leser an, er möge doch mal nachschauen bei sich, ob er oder an was er hängt und ob er das nicht verändern könnte, um frei zu sein. Für ihn ist wichtig, Thomas von Kempen, ich würde auch noch gern sagen, er lebte von 1380 bis 1471 oder also 91 Jahre alt und hat die Nachfolge Christi mehrere Male abgeschrieben und glaube ich sechs oder siebenmal die Bibel, er kannte die Bibel auch auswendig. Sein Bestreben ist es, dem Menschen sichtbar vor Augen zu führen, ob er an Aspekten der vergänglichen Welt hängt und wenn ja, er möchte doch mal angehen, das wäre dann der zweite Teil des Buches, also das zweite Buch, wie kann ich Dinge, die nicht zu mir gehören oder die verkrampft sind oder Eindrücke, die nicht gelöst sind, wie kann ich die ändern, um und das ist das Entscheidende und das ist auch ein Aspekt der Devotio Moderna, eine Reform des Glaubens im 14. Jahrhundert. Gott, eine Christusbeziehung in den Mittelpunkt zu stellen und dann erst die Liturgie und die Riten und dass viele darüber reden, sondern erstmal zu profilieren, was ist deine Christusbeziehung und dazu muss eben und das ist sehr wichtig, der Weg freigeschaufelt werden. Im zweiten Kapitel geht es um Aufrichtigkeit und Hochmut. Thomas von Kenten schreibt, ich darf ihn wieder zitieren, wer aufrichtig ist und sich selbst kennt, wird niemals hochmütig sein. Inwiefern schützt die Ehrlichkeit mit sich selbst vor dem Hochmut? Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht Schatten hat, selbst wenn er sie versteckt oder geschickt verbirgt vor der Außenwelt, aber soweit ich das auch beurteilen kann aus meiner Seelsorgezeit, jeder Mensch hat so einen blinden Flecken oder hat doch Schatten oder trägt auch oder muss auch sein Kreuz tragen. Und wenn man das in den Blick nimmt, was ich bin, wo meine Grenzen sind oder auch was ich nicht bin, ich träume ja vieles zu sein und ich bin es gar nicht und ich werde es mein Leben lang nicht, dass ich ja etwas Konkretes wahrnehme und dieses Wort wahrnehmen besteht darin, ich nehme etwas vom Wahren und das wahre letztlich ist Gott, so interpretiert es auch Thomas von Kempen. Und um Gott wahrzunehmen, muss ich meine Wahrnehmungsorgane, erstmal meine fünf Sinne, aber dann auch meine inneren Wahrnehmungsorgane sensibilisieren, man kann auch ordinär sagen reinigen und befähigen, das Wesentliche wahrzunehmen und damit ist schon gesagt, dass es ein Teil oder ein Aspekt Gottes ist, eine Strahlung Gottes, die der Mensch annimmt. Und wenn diese Strahlung Gottes in ihm lebendig ist und er aus ihr lebt oder mit ihr lebt, dann hat da Hochmut oder Auganz oder Besserwisserei oder was auch immer in diese Sektion gehört, hat überhaupt keinen Bestand, weil ich immer wieder anklopfe in der Wahrnehmung Gottes, bescheiden, demütig, Herr, komm zu mir, zeig mir meinen Weg, zeig mir, was ist richtig, gib mir eine gute Wahrnehmung der Welt, aber auch der Überwelt, übernatürlichen Welt, damit meine ich das Göttliche. Thomas von Kempen warnt auch davor, all seinen Wünschen und Begierden nachzugehen. Warum ist es für die Nachfolge Christi eigentlich hilfreich, auf die eigenen Wünsche immer wieder zu verzichten und alles Kommen und Gehen dem Schöpfer zu überlassen? Ja, da liegt zugrunde, es klingt so asketisch, ich darf meine Wünsche nicht erfüllen, das ist es nicht. Da liegt zugrunde, dass der Betende ganz allmählich sich hineinbetet in die Liebe und sprich in den Willen Gottes. Und wenn er zu viele Wünsche hat oder sehr äußere Wünsche, dann hält das von diesem Weg ab, den Willen Gottes in sich zu spüren oder letztlich eins zu werden. Dass mein Wollen dem Willen und der Liebe Gottes entspricht. Das ist ein Ziel, was immer wieder durchscheint bei ihm, bei fast allen größeren Kapiteln. Und somit korrigiert der Mensch sich in seinen Wünschen. Und wenn er einmal etwas geschmeckt hat, was droben ist, also in der Eucharistie oder ein Entgegenkommen Gottes oder eine Gnadenzuwendung oder etwas Wunderbares, was er, der Mensch, spürt, das habe ich selbst nicht vollbracht und geleistet, das ist Geschenk. Dann ist das so etwas Faszinierendes oder so etwas Großartiges, dass er mehr davon haben möchte. Und dann wird es mehr und mehr. Und dann fallen auch Wünsche ab, die dem nicht entsprechen. Also ich möchte es jetzt nicht asketisch wissen und mit gehobenem Zeigefinger als Warnung, sondern einfach als Entwicklungsprozess auf einer höheren Stufe, wenn ich dem Schöpfer entgegengehe und er geht mir entgegen. Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Und das zitiert Thomas von Kempten auch. Gott hat die Sehnsucht, den Menschen zu berühren, zu wandeln und zu lieben. Von Gott und auch von der Vertrautheit mit Gott kann Thomas von Kempten nicht genug haben. Auf der anderen Seite sagt er aber, er warnt vor großer Vertraulichkeit mit den Menschen. Er empfiehlt, sprich nicht gleich mit jedem über deine persönlichen Angelegenheiten, sondern berate dich mit einem gottnahen Menschen. Welche Bedeutung hat der eigene Freundeskreis für eine gelungene Jüngerschaft Christi? Es gibt Menschen, die reden gern von sich und die reden auch gern viel von sich. Und es wird einem nach ein paar Minuten schon zu viel. Und man wünscht sich, er möge lieber schweigen. Und besonders, wenn er dann über geistliche Erfahrungen redet, kann das sehr unangenehm werden oder manchmal auch sektiererische Züge annehmen, je nachdem, wie er ausgerichtet ist. Thomas von Kempten muss das wohl in seiner Umgebung, auch in seinem Kloster erlebt haben, dass einige viel und lange und gerne reden. Er wusste, dass wenn ich mich zurückziehe in die Stille, in das Schweigen und erst einmal geschehen lasse, dass sich etwas bei mir wandelt und verändert, dann ist das der richtige Weg. Ich kann nicht gleich, wenn ich auch einen Hauch von Erfahrung habe, kann ich nicht gleich ihn hinaus posaunen, dann geht das kaputt. Und interessant ist, er ist ja in Kempen geboren am Niederrhein und hat dann in Holland das Kloster sich ausgesucht. Er wurde gefragt, was ist dir das Liebste? Und da sagte er, mitten innen Höcksken, mitten Böcksken. Und das steht auch auf seinem Grab als Grabinschrift. Innen Höcksken, Höcksken bei uns im Westfalen heißt Höcksken-Hucke, also ein kleines Zimmer oder ein Raum unter der Treppe oder ein Abstellraum oder eine Ecke von einem Raum innen Höcksken mit einem Böcksken. Böcksken ist das Buch. Er ist zurückgezogen mit einem Buch, das ist ihm das Allerliebste, so dass er darin auch widerspiegelt, wenn ich Gottes Erfahrung machen möchte oder der Sehnsucht meiner Seele freien Lauf lasse, braucht es sehr viel Schweigen und sehr viel Stille, bevor ich in die Öffentlichkeit trete und etwas von mir sage. Das will er dem Leser ganz intensiv nahe bringen. Thomas von Kempen hat auch die Erfahrung gemacht, dass die uneingeschränkte Zustimmung zum Willen Gottes eine unglaubliche Freiheit schenkt. Sollte man auch dann dem Willen Gottes zustimmen, wenn man momentan die Sinnhaftigkeit noch nicht erkennen kann? Es ist schwierig, also theoretisch würde ich sagen, man sollte es tun, aber man kann es oft gar nicht, weil man den Willen Gottes nicht klar erkennt, weil man verhaftet ist im eigenen Willen oder in Wünschen oder in einer bestimmten Veranlagung.